es ist gefühl wettkampf ist einfacher als das ding das ist das klar entschuldigung okay ich hatte ihn doch nicht danke ist okay ich habe die 20 gebraucht und nicht die vorlage war natürlich so geplant ich hatte 100 siehst es gleich nur am boost ich konnte nicht mal fertig boosten das war richtig knapp ich habe den gegner erwischt und das ausgekriegt obwohl er vor mir war macht denn der eine da ich weiß auch nicht schildkröten tor wahrscheinlich preis ist nicht wahr total vorbereitet er hat sich wieder aufgestellt hat er dich ausgespielt der wollte schon wieder fast zum mass fahren schönes tor schildkröten siehst du gegen die gegen die champions gewinnen wir irgendwie das ist schon wieder so eine oh gott ja aber der eine ist ja nicht wieder der hinter sieben das ist einfach den ball bringen können nein siehst du jetzt macht er noch ein tor ich dachte da kommt es hier rüber ein hinter das breit der hat aber nur gewartet aber ich stand halt auch immer vor mir jetzt fängt er an zu spielen gedacht ist dass mir ja jetzt fängt er an das ist das war der der deswegen das war der der afk rumstand ja gar schön gewartet ja 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 warte warte ich hab was scheiß ja auch kommen nach so weit ich hab ihn doch angeschubst trotzdem ist er weiter gefahren mit dem ball ich dachte auch du hättest ihn ja tschuldigung alles gut aber irgendwie kam da nichts und ich hab trotzdem gewahren mit dick ja ja wenn ich das gewusst hättest doch fahrer ah hey hinter gerade wobei war du wirst du stört stöhn werde ich nicht ich mach ein Tor kommen wir jetzt auch was für eine Parade schreiben ne ne ist ja nicht so er wollte mich halt durch ne ich ich überspringe aber nicht das ist schon ja stimmt stimmt das ganze Tor bis zum Ende anschauen das inter auch gott er hat mich schon wieder sehr schön sehr freifahrt aktuell scheiße war das gut teiner ist leider der andere wieder da gewesen dann jetzt kommt der inter wieder auch entschuldigung so das auch gott und er hat es nicht meine musik ist aus bringen wir mit ich ja schlecht war es nicht ich hätte nur früher ran gehen müssen sollte gehen mal da du wirst ja du das war richtig dumm von mir mann ich dachte ja ich hab den ja easy und dann schießt er trotzdem so ich nehme hände ich muss wieder mal das auto ist daran wird fliegen Oh, danke. Oh, fast. Ja, du. Danke. Na. Oh, Mann, ey. Warum kann der nicht reingehen? Ich habe den Gegner wieder. Nittig. Bei uns. Aber für ihn hat es gereicht. Weg damit. Ja. Easy. Das muss jetzt nicht schreiben. Nee, ich kann ja eh nichts schreiben. You got this. I'm supposed to. Das war's. Oh, stark. Stark. Wow. Wir den einfach nicht hatten. Ich hab den voll abgeschrieben gehabt. Na, er ist voll daneben gesprungen, der ist denn. Ja. Ich war eigentlich auch schon wieder auf dem Rückwärtsweg. Also, wenn du nicht getroffen hättest, wäre scheiße gewesen, wenn dann so eine Chance wieder verkackt hätten. Bisschen doof. Oh, ich bring den mal schön mit dich. Okay. Brauch nicht. Ja, der Plasmus hat den. Er hat den schon wieder nicht. Ich hab nur gestoppt. Ja, passt. Ist ja schön, die Vorlage. Ja. Er hätte ihn lassen müssen, da er hätte ihn gehabt. Aber er hat den von der Wand weggedrückt. Drückt. Ja, er hat gemerkt leider, dass da noch nicht losgefahren ist und deswegen. Ich stehe richtig scheiße. Ja. Kannst du den? Ja. Danke. Ich bin schief zum Ball gestanden. Ich bin schief zum Ball. Ja. Ich bin schief zum Ball. Fuck. Fuck. Stark. Warum will er den noch haben? Ja. Hm. Mittig? Ja, zu kurz. Es gab zwei- oder dreimal hintereinander über dem Pfosten darüber geeiert, unser Typ. Hey. Ah, mein Fuß juckt. Gut. Ich flieg hoch. Oh. Es war zu spät. Ja. Es war auch mit dem Hochfliegen zu spät. Egal. Oh, sie gehen raus. Ah, ja. Das ging ja schnell. Entschuldigung. Oh. Es hat irgendwie gezählt. Hä? Hä? Außer es hat irgendwie gebuggt. Das kann auch sein. Und du hast jetzt gestern auch mit Eco angefangen? Ja, ich hab's gestartet. Fast auch nicht. Das Enddurchspiel. Woah, buggy. Aha. Enddurchspiel, genau. Ja, ist gut. Oh, starte, sorry. Sorry, sorry. Ist okay. Ja, das ist der beste Gerd wahrscheinlich. Schade. Schön. Ah. Fast. Ich wollte ihn eigentlich später treffen. Mittig. Uuuh. Scheiße, gelandet. Nein. 80. Das ist nicht gut. Boah, der hätte dich fast zerstört. Ich glaube, er will es immer noch machen. Ja. Nice. Und du zerstörst einfach ihn. Bitte. Danke. Oh. Alter, wie ging denn das? Oh, nice. Oh, geil. Richtig gut. Richtig nice, ja. Das hat er sowas von verdient. Hahaha. Das ist cool aus. Schade, dass er den gleich wieder erwischt. Ach, schade, dass er den gleich wieder erwischt. Aber nicht. Du machst so kaputt. Er wollte meinen Nosklaus. Das geht gar nicht. Ja, der geht. Nicht. Na, der Gegner nicht dran, ja. Habe ich schon irgendwas geleistet in dem Runde? Ne. Das die man zerstört. Ja, der ist so goldbraun. Ja. Ich dachte kurz, das sei ein anderer. Also, halt schon. Ja, im gehe ich noch. Ja. Oh, ja. Ja. Ein Ticken zu langsam. Och Gott. Was mache ich hier? Ich hätte nicht rausfahren sollen. Ich spiele aber auch irgendwie gerade echt scheiße, ey. Ich krieg nichts zusammen. 74 Punkte nur. Aber jetzt mache ich erstmal ein Tor. Ist schön. Ich habe leider kein Nos zum Hof fliegen. Ist egal. Ich sitze ich nur. Ich weiß du. Das war eh wieder zu spät. Oh, Scheiße. Scheiße. Pass ob. Der ging doch an einem Pfosten. Den haben sie gut gespielt. Und da sofort wieder genommen. Ich dachte voll so, ja der geht am Pfosten, geht raus. Ja. Genau blöder Lift. Ja. Ja. Wieder mal im Balkon. Ich war es leider nicht. Du auch nicht. Ich habe nur gewendet und geboostet. Ich habe nicht geguckt wo ich ihn fahre. ja gott wie kann man den so daneben haben wie du das immer machen würdest hatten wir aber mich schubst und da soll ich haben das ich darf keine kommt zu zerstören aber doch nicht Ach man, was ist das für ein Scheiß. Komm jetzt. Soll wie muss es gehen, oder? Also du hast wenigstens aufgepasst, das war schon mal gut. Jetzt bin ich mitig. Oh. Ich glaube, der hat nicht ganz gerade. Okay. Schlecht. Ja, natürlich, ich bringe dir den jetzt unten durch. Mann. Ach so, ob er den hat. Ich habe null Boost. Ah. Gut, das... Nein, ich wurde weggeschubst. Das niemand trifft. Mann, ey. Ich bin einfach vorm Tor durchgefahren. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ihn gehabt, aber ich jetzt in dem Moment wurde ich weggeschubst. Ja, super. Oh Mann. Ich hätte ihn doch schubsen sollen, irgendwie. Das war eine Meisterleistung von uns fünf. Aber die Gegner waren auch nicht besser. Nee. Nur einer hat dann getroffen. Schrecklich, ey. Na komm jetzt. Ich brauche noch eine Vorlage. Hä, was war das jetzt? Du hast den Ball auf den Gegner. Der Gegner hat ihn wieder weiter. Und ich habe den Ball in der Luft nochmal abgereitet. Oh, nee. Mir hat es gestoppt. Das war komisch. Oh, oh. Okay. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020